Hey Leute, hier ist Vivian in diesem Video und ich habe von einem Produkt gehört, das in den letzten Tagen auf den sozialen Netzwerken Lärm macht, es heißt Alpilean und ich habe beschlossen, zu helfen, dass diejenigen, die wie ich nach einem qualitativ hochwertigen und echten Produkt auf dem Markt suchen, alles wissen, was sie vor dem Kauf wissen müssen. Wir sind hier auf der Produktseite, aber bevor wir anfangen, möchte ich zwei sehr wichtige Warnungen geben, also hören sie gut zu. Das erste, was sie nicht erwähnen, ist, dass es einen falschen Link im Umlauf gibt und viele Leute fallen darauf rein, also werde ich den wahren Link hier für euch sowohl in der Beschreibung als auch in den Kommentaren hinterlassen, also passt auf und passt auf. Also, was ist Alpilean und funktioniert es wirklich? Und die Antwort ist ja, Alpilean funktioniert. Nach vielen Laboruntersuchungen haben die Forscher eine natürliche Formel mit konzentrierten Zutaten identifiziert, die einen leichteren Gewichtsverlust fördert, reich an Antioxidantien und entzündungshemmenden Eigenschaften, um ihr Immunsystem zu stärken. Es hilft, die interne Körpertemperatur zu erhöhen, den Stoffwechsel zu beschleunigen und Fett schnell zu verbrennen und hält sie den ganzen Tag über Energie geladen. Also, ja, du kannst diesem Produkt vertrauen, es gibt viele Menschen, die hervorragende Ergebnisse mit Alpilean haben, und du auch. Du musst jedoch bedenken, dass jeder Körper auf eine einzigartige Weise reagieren wird. Das ist ein bisschen offensichtlich, aber ich sage es dir, um realistisch über die Behandlung und Erwartungen zu sein. Es gibt etwas wirklich Wichtiges über dieses Produkt, das Sie wissen müssen, bevor Sie es kaufen, Sie können Alpilean wirklich 60 Tage lang testen und, wenn Sie keine Ergebnisse sehen, es aus irgendeinem Grund nicht mögen, werden Sie Ihnen das Geld zurückerstatten. Darüber hinaus muss Alpilean ernst genommen werden, um zu funktionieren. Sie müssen es einmal täglich einnehmen, ansonsten werden Sie keine hervorragenden Ergebnisse sehen und ein bisschen enttäuscht sein. Sie können die Anfangsergebnisse im ersten Monat sehen, aber die meisten Menschen haben nach drei Monaten, in denen sie dieses Produkt verwenden, bessere Ergebnisse. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Alpilean keine Nebenwirkungen hat, da es natürlich ist. Deshalb wollte ich dieses Video aufnehmen, um Ihnen zu sagen, dass Sie vorsichtig sein sollten mit der Website, auf der Sie Alpilean kaufen werden, und dass Sie das Produkt auch richtig behandeln sollten, wenn Sie es kaufen. Bitte denken Sie daran, dass Ihre Ergebnisse von jeder anderen Person sehr unterschiedlich sein werden, weil Ihr Körper auf einzigartige Weise reagiert. Zusammenfassend glaube ich wirklich, dass dieses Produkt sowohl mein Leben als auch Ihr Leben verändern kann. Tatsächlich habe ich bereits die Aktion mit sechs Flaschen genutzt, bei der der Versand kostenlos ist, und meine letzte Warnung betrifft diesen exklusiven Rabatt bei der ersten Bestellung, den Sie anbieten. Sie bekommen auch zwei E-Books über Gesundheit kostenlos, was mehr als 100 Dollar spart. Wie ich hörte, werden Sie bei zukünftigen Bestellungen nicht mehr angeboten, also nutzen Sie die Chance, während es noch Zeit ist, und sichern Sie sich dieses Produkt, um 2023 auf besondere Weise zu beginnen.